Eau Rouge ist die beste Kurve, die es gibt, besonders spektakulär. Was glaube ich überraschend für uns alle Fahrer war, das erste Rennen mit dem neuen Auto natürlich, mit dem neuen 992 Cup Auto, das durch die mehr Aerodynamik, das das Auto produziert, auch der Windschatten größer wird und dadurch der Anpressdruck, wenn man direkt hinter dem neuen Auto fährt, viel geringer ist. Fünfter Gang, Begrenzer, leicht anbremsen, einlenken und gleich wieder Vollgas. Ich denke, wir hatten einen sehr guten Saisonstart hier ins Bar Francorchamps. Wir haben zwei tolle Rennen gesehen, von daher freue ich mich jetzt umso mehr auf die nächsten tollen Strecken, die noch kommen werden.